Limerick ist die Hauptstadt der Grafschaft Limerick in der Provinz Munster im Südwesten der Republik Irland. Die Stadt hat 56.779 Einwohner mit Vororten 90.778 Einwohner. Sie ist historisches Zentrum der Region und in einigen Bereichen Zentrum für den Westen Irlands. Der größte Fluss Irlands der Schennen durchfließt die Stadt und mündet hinter Limerick als Schennen Estuary in den Atlantik. Geschichte Die Stadt war seit 812 Ort einer Wikinger-Siedlung, jedoch gibt es Hinweise auf frühere Siedlungen im Gebiet. Brian Boru vertrieb die Wikinger aus Limerick. Die Normanen erbauten die Stadt im 12. Jahrhundert neu und trugen durch Bauten wie King John's Castle, Limericks bekanntester touristische Attraktion und durch Sankt Mary's Cathedral zur Architektur der Stadt bei. Während der Bürgerkriege im 17. Jahrhundert spielte die Stadt eine wichtige Rolle. Belagert wurde sie durch Oliver Cromwell im Jahre 1651 und in den 1690er Jahren zweimal durch die William Eaton, wonach die Auseinandersetzung mit dem Vertrag von Limerick beendet wurde. Die Stadt konnte als einzige in Irland nie erobert werden. Den Einwohnern Limericks wird wegen dieses Umstands ein gewisses Selbstbewusstsein nachgesagt. Limerick konnte sich durch seine privilegierte Lage und als Zentrum eines großen Umlands stets relativen Wohlstands erfreuen. Die Rolle als Hafenstadt konnte Limerick durch eine Reihe britischer Gesetze lange Zeit nicht voll nutzen. Die Vormachtstellung behielten britische Häfen wie etwa Liverpool, irische Hafenstädte konnten ihren Standortfaktor nicht ausspielen und der transatlantische Handel wurde nicht über Irland abgewickelt. Zudem erfolgte die Wirtschaftsentwicklung Irlands sehr langsam. Der größte Teil Irlands spezialisierte sich auf die Herstellung von landwirtschaftlichen Produkten. Die landesweite Hungersnot verursachte ab 1845 den wirtschaftlichen Niedergang der Stadt, der erst ab den 1960er Jahren gebrochen werden konnte. Vom 15. April bis 27. April 1919 befand sich die Stadt während des sogenannten Limerick-Sowjet unter Selbstverwaltung. Limerick ist unter anderem auch durch Drogenschmuggel in Europa bekannt geworden, welcher von zwei rivalisierenden Banden, dem Dandan und dem Kian-Kelepi-Clan, kontrolliert wird. Im November 2008 wurde der Rugby-Spieler Shane-Georg-Hagan dabei im Drogenkrieg getötet, als er zwischen die Fronten der verfeindeten Clans geriet. Bei einer Überschwemmung wurden am 1. Februar 2014 größere Teile der Stadt überflutet, nachdem der Schennen im Stadtgebiet an mehreren Stellen über die Ufer getreten war. Politik Der Bürgermeister von Limerick wird jährlich im Juni vom Stadtrat gewählt. Seit Juni 2009 ist Kevin Keeley von der Feingillstadt Oberhaupt. Mit dem Local Government Reform Act 2014 wurden die bisherigen Limerick City Council und Limerick County Council zum Limerick City & County Council zusammengelegt. Wappen-Blasonierung Seit 2009 Der Wahlspruch ist ein verkürztes Zitat aus Vergilzenees Buch 1 Vers 10 zu 12. Dort bezieht sich diese Formulierung auf die Stadt Carthago. Limerick unterhält Städtepartnerschaften mit folgenden Städten. Frankreich-Quimper in der Bretagne seit 1980. Vereinigte Staaten Spokane im Bundesstaat Washington seit 1990. Mit den Bürgern von Kloppenburg in Niedersachsen bestehen verschiedene freundschaftliche Kontakte und Austauschprogramme. Wirtschaft Limerick gilt als das wirtschaftliche Herz der Midwest-Region, oft auch als Schennen-Region bezeichnet. Einige multinationale Firmen haben hier Produktionsstätten, so der Chip-Hersteller Analog Devices. Der Computerhersteller Dell schloss 2009 sein Werk. Er verlegte es nach Lotz in Polen und entließ 1900 Mitarbeiter. Nicht weit liegt der Flughafen Schennen einer der wichtigsten Flughäfen Irlands. Bildung Neben Dublin und Cork ist Limerick eines der wichtigsten Zentren für höhere Bildung in Irland. Es beherbergt die University of Limerick mit etwa 11.000 Studenten, sowie das Limerick Institute of Technology mit etwa 3.900 Studenten. Die Universität von Limerick befindet sich ca. 5 km östlich vom Stadtzentrum im Vorort Kassel-Troy. Sie wurde 1972 als das Nationalinstitute for Higher Education errichtet. Im Jahre 1989 wurde dieses zur ersten Universität der Republik Irland ernannt. Die Universität hat große Bekanntheit in den Ingenieurwissenschaften, der Informatik, den Materialwissenschaften, den Sportwissenschaften, den Geisteswissenschaften, der Pädagogik, den Sozialwissenschaften sowie im Bereich Musikwissenschaften erreicht. Im Jahre 2007 wurde darüber hinaus der Fachbereich für Medizin eingeweiht. Der Fachbereich Musik ist auf traditionelle Musik sowie traditionellen Tanz spezialisiert. Darüber hinaus beherbergt er das Irish Chamber Orchestra. Die Universität bietet darüber hinaus ein reichhaltiges Angebot an Freizeitbeschäftigungen sowie die dafür notwendigen Einrichtungen. So gibt es im Sportkomplex der Universität die erste durchgehende 50-Meter-Schwimmbahn in ganz Irland, was auch ein Grund dafür ist, dass das nationale Schwimmteam hier trainiert. Bauwerke King John's Castle Cathy Drill Sankt John de Baptiste Katholische Bischofskirche Limerick City Gallery of Art Kunst Museum Limerick in Medien Limerick spielt in dem autobiografischen Roman »Die Asche meiner Mutter« von Frank M. C. Kort und seiner gleichnamigen Verfilmung eine bedeutende Rolle. Das 2011 veröffnete Frank M. C. Kort Museum befindet sich in Franks früher Schule in der Haarstonger Street und enthält viele Artefakte aus dem Buch, sowie die Asche Frank M. C. Korts. Vor allem in Limerick wurde Kritik laut, M. C. Kort habe in seinen Erinnerungen die Stadt und die damalige Zeit unzutreffend und beleidigend beschrieben. Persönlichkeiten Mit Limerick verbunden Brian Boru – irischer Hochkönig Patrick Saasfield Earl of Lucan – Jakobit und Soldat Frank M. C. Kort – Schriftsteller Pat Cox – Präsident des Europaparlaments 2002-2004 Nuala N. I. Dumnai – Dichterin Dolores O'Reiarden – Musikerin Söhne und Töchter der Stadt Richard Kreak – römisch-katholischer Erzbischof von Armach Peter Graf von Lacy – russischer Feldmarschall aus einem alten irischen Adelsgeschlecht Georg Reichs Graf von Braun – russischer Feldmarschall Peter Wuffey – Chemiker und Mineraloge Edmund von Harold – irisch-deutscher Schriftsteller Katharine Heiß – Opernsängerin Michael Josef Hoferell – Bischof von Trinden Mary Jane Kelly – das fünfte Opfer des Serienmörders Jack The Ripper Kay O'Brien – Schriftstellerin Elisabeth Anscom – britische Philosophin und Theologin Donogh O'Malley – Politiker der Fiannafell Richard Harris – irischer Schauspieler, Sänger und Songschreiber Frank M. C. Kott – irisch-amerikanischer Autor Terry Wogan – Hörfunk- und Fernsehmoderator der BBC Desmond O'Malley – Politiker Patrick Macanen – Diplomat Michael D. Higgins – Dichter, Politologe, Politiker und amtierender Staatspräsident John L. Murray – hoher Richter Pat Cooksey – Singersongreiter Marian Kies – Schriftstellerin Shane McMahon – Koch Richard David James – britischer Elektroniker-Musiker bekannt unter dem Pseudonym FX-Twin Steve Finnern – irischer Fußball-Nationalspieler David Wallace – Rugby-Union-Nationalspieler Paul O'Connell – Rugby-Union-Nationalspieler Keith Hanley – Pop-Sänger Paul O'Connell – Rogen